Früher dachte ich, ich brauche Sonne, Palm und Meer, um zu entspannen. Heute weiß ich, es geht auch anders. Ich befinde mich gerade in den Bergen, zwischen tausend Meter hohen Kolossen aus Gestein, zwischen Schnee und Eiszapfen. Alles still. Ich atme ein und wieder aus. Ich merke, wie klein ich bin und lasse mich darauf ein. Klare Luft, weite Sicht, neue Bilder, neue Inspirationen. Ein Gefühl von absoluter Freiheit. Eine Frage stelle ich mir aber. Es ist Januar. Ist es wirklich so normal, dass der Schnee schmilzt?